Der Zins ist der wichtigste Preis der Volkswirtschaft. Ist er zu niedrig, kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Ich denke, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, was ich dann im Konzert der staatlichen Ausgaben zur Milderung der wirtschaftlichen Schäden durch die diversen Corona-Lockdowns und der Finanzierung der Staatsverschuldung durch die Notenbanken gesehen habe, ist eine Geldpolitik, die dazu geführt hat, dass der Zins zu niedrig ist. Die Notenbanken konnten dies ohne Nebenwirkungen entsprechend darstellen, da die Inflation kein Thema war. Nun sehen wir, dass Inflation mit aller Gewalt zurück in das tägliche Leben und in der Medienlandschaft eingekehrt ist. Von daher ist der Druck auf die Notenbanken sehr groß, die Geldpolitik zu ändern. Und von daher werden sich Anleger damit beschäftigen müssen, was diese Neukalibrierung der Vermögenspreise bewirkt, wenn wir nun wieder Zinsanlagen haben, die Alternativen darstellen zu den verschiedenen anderen Vermögensklassen, weil am Ende des Tages der Erwerb von Aktien hat immer Opportunitätskosten, weil sie geben den sicheren Zins auf. Ähnliches gilt natürlich auch für Immobilien, wo wir die Finanzierungsfunktion und weitere andere Themen auch sehr stark von der Phase niedriger Inflationsraten und historisch einmaliger Zinsumfelder profitieren konnten. Wenn wir das nach vorne anwenden auf die verschiedenen Strategien im Bereich der liquiden Vermögensklassen, dann haben wir vereinfacht gesprochen nur drei verschiedene Strategien. Zum einen die Strategie, die sich auf marktbezogene Renditen bezieht. Buy and Hold bzw. Buy, Hold und Rebalancing war hier die Strategie, die am besten funktioniert hat seit der globalen Finanzkrise, die ja ungefähr im März, also im Frühjahr 2009 geendet hat. Darüber hinaus gibt es Strategien, bei der Sie Risikomanagement haben. Einmal kaufen Sie Versicherungen, das macht natürlich nur Sinn, wenn der Schaden auch wirklich dauerhaft entsteht. Das haben wir durch die schnellen Kurserholungen der letzten Jahre kaum benötigt. Und das andere sind letztendlich trennt folgende Strategien, bei der Sie nicht nur auf steigende Vermögenspreise, sondern auch auf fallende Vermögenspreise setzen können. Was wir nun sehen, dass in diesem inflationären Umfeld Strategien, die Risikomanagement betreiben, wieder gefragter werden. Von daher auch trennt folgende Strategien, die eben auf steigende Zinsen, steigende Renditen setzen können. Gekoppelt mit gewissen Währungseffekten zeigen sich nun stärker. Da Investoren allerdings nie wissen, welcher Fahrtverlauf an Vermögenspreisen vor uns liegt, macht es Sinn, diese verschiedenen Strategien laufend im Portfolio-Kontext zu halten, die Gewichtung vielleicht immer mal wieder anzupassen, aber grundsätzlich Risikostreuung nicht nur bei der Verteilung auf Vermögensklassen zu denken, sondern auch bei der Verteilung auf verschiedene Pfadverläufe, um hier wirklich eine solide Basis für die langfristige Vermögensentwicklung zu legen. In diesem Sinne darf ich Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen wünschen. Sofern Sie einen guten Diskussionspartner suchen, um Ihre Vermögensstrategie zu begutachten, freuen wir uns gerne mit Ihnen in den Dialog zu gehen.